Kommt ran! Nikolai, ich mache seit ein paar Monaten das PTJ Basic Training hier im Alpha Team. Wenn wir gute Jujutsu-Player werden wollen, internationale Jujutsu-Player, wissen wir natürlich vorher schon, was mein Gegner macht. So, das heißt, wenn ich das hier angreife, weiß ich schon, dass Daniel irgendwann mich stauchen wird. Ich lasse das einfach zu. Kommt zum Jujutsu!